Eine deftige Niederlage und ein halbes Tor für Lukas Podolski durch diesen Antritt, durch diese Vorbereitung. Podolski auch einer der Gewinner dieses Spiels. Einmal getroffen und großartig eingeleitet, vorbereitet. Das 3 zu 0. Müller lässt Schipperfield den ehemaligen Busfahrer. Aus und da fliegt Schwarzer, aber den kann er wirklich nicht kriegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017